Jaa! Wo sind wir? Wo sind wir? In Aachen! Das gibt es euch für euch geilen! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Heute ist der zweite Tag in Aachen, also heute ist die Eröffnungsfeier. Wir haben jetzt gleich nochmal eine Probe und wir nehmen euch den Tag wieder mit. Mira und Mama werden vielleicht filmen und fotografieren und ich auch mal zwischendurch. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß und sind mal gespannt, wie das heute so wird. Na? Dich haben wir ja schon ewig nicht gesehen. Bist du schon fleißig? Pass auf, mach ich ja. Mach ich, okay, ich kann gestehen. Mira, Felix, Leon. Hey Ben, hast du noch Wasser? Doch, die sind aber eben abgebogen, die sind schon ein Parkplatz. Na Ben, wie geht's dir? Na Ben, hallo! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja! Hallo! Und die Dummy ist auch da. Wo seid ihr denn langgefahren? Hi! Ja, wir fahren irgendwie immer anders als ihr. Hi! Hier ist das Stahlzelt. Hier ist das Stahlzelt. Mhm. Die Mama macht den Ben jetzt schön. Ja. Also ich kann es auch, aber ich kann es besser. Deshalb macht sie das, dass er heute schön aussieht. Gell Ben? Alle in Rot. Ich hab mein rotes T-Shirt leider in der Wäsche, weil ich es bei dir anhatte. Ich hab gar kein Rotes. Ach, ne, hab ich nicht. Team Hildebrand. Und? Ist der Ben jetzt süß? Der Ben ist immer süß. Oh, der Ben hat jetzt Zöpfchen. Ganz süß. Mama hat das gut gemacht. Schön wie der Masken. Na? Na? Ach, das ist schon cool. Ich meine, dass die alle vor Transporter haben. Wir laufen jetzt hier gerade an dem Kutschplatz vorbei. Ist das der Kutschplatz? Ja. Und, doch, wir sind schon drauf. Wir haben jetzt gleich die Besprechung zu Fuß. Du hast die. Ja. Wir gucken jetzt zu. Ja. Nein. Das weiß ich nicht. Alles gut? Dummy. Was sollst du sagen dann? So. Die Stände haben noch alle zu. Kann die Mira noch gar nicht shoppen. Nein. Ein Stand ist da schon. Hier ist das Abreiten für die Tressur. Hier gibt es nicht ein viel. Hier gibt es gleich drei. Und da ist das Stadion für die Tressur. Aber da ist jetzt nichts. Das ist alles im Hauptstadion. Ja. Hier ist das Stadion. Da ist es. Da ist es Leute. Seht ihr das? Ich habe jetzt hier die liebe Annabelle. Die Annabelle hat jetzt auch ein Video gemacht. Schaut euch das auch mal an. Sie geht jetzt auch in diese Video... Verlinkst du dich Leute? Ich verlinke dich in der Infobox! Da in der Infobox! Julia hat dann bestimmt auch ein Video gemacht. Guckt euch das an. Das ist auch in der Infobox. Da werden wir schon mal gespannt sein. Es gibt GANZ viele Videos. Also ganz viele Abendprogramme und Unterhaltung. Alle in der Infobox! Also das ist doch wahrscheinlich das Video von RaidTV. Ich hab's mal überlegt. Es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit mit der Kamera rumläufst, ne? Ja, das ist meine neue Selfie-Kamera. Neue Selfie-Kamera? Ist ja handig, ne? Ben! Ben! Oh, er hat gewirrt! Hallo Schatzi! Oh, dann müssen wir dich mitnehmen! Hey, klarer Mann! Wenn du uns anwirrst, müssen wir dich mit nach Hause nehmen. Ben! Hallo Schatzi! Das ist Dusi Du, unser Firmenpferd. Das Mäuschen! Das Mäuschen! Das Mäuschen! Ben! Bitte geh! Bitte! Bitte! Komm! So, jetzt haben wir ein bisschen abgeritten. Und jetzt geht's auf den großen Platz. Ich hab Andi-Brumm dabei, Isa. Mira, wo sind wir? In Aachen. Wir warten jetzt gerade auf den Angriff für die richtige Generalprobe und dann nachher geht's los. Mira, unsere Fotografin für heute, macht schöne Fotos. Und die Modi, die alle so ein bisschen wild. Ben chillt. Oh, die Ben. Seid ihr satt? Ja, wir haben vier. Es ist schön, wenn wir noch ein Moment gehen. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Wir geben das Viereck rein und dann galoppieren wir jetzt. Wir galoppieren ja hier schon. Entschuldigung. 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 disruption. Ein Kohle-Eis? Ich hab keins. Wir machen jetzt hier noch mal unsere Zu-Fuß-Generalprobe. Und da ist jetzt noch mal eine Kugel. Guck mal, die stört das auch nicht. Jana! Jana stört das auch nicht! Wir laufen das jetzt noch mal zu Fuß alles ab. Jana, du bist spitze! Jetzt kürzt es langsam. Wir brauchen alles langsam. So, wir drehen jetzt noch die Reit-TV-News. Hallo, hallo, guten Tag. Wir bereiten das hier alles vor mit den kleinen Jungs. Hier abonnieren und hier einen Daumen hoch geben. Und in der Infobox sind die ganzen Videos. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann guckt ihr auf dem Kanal. Ich bin halt hautnah hier beim Reit-TV-Dreh von den Reit-TV-News. Das ist gut. Wenn du mich zu lachen denkst. Wo ist sie da? Das ist doch richtig schön, super. Mira! Gina? Das istought Rom哦! Bis zum nächsten Mal.